Liebe Zuschauer, das katholische Hilfswerk Kirche in Not hat mich eingeladen, Ihnen einige Gedanken über die geistige Kommunion vorzutragen. Gern komme ich dieser Einladung nach, denn es gibt manche Gründe, sich dieser mentalen Begegnung mit dem Herrn zu erinnern, vor allem im Zusammenhang mit der Problematik durch die wiederverratet Geschiedenen. In den letzten Jahren hat auch in der katholischen Kirche die Zahl derer merklich zugenommen, die ihre Ehe für gescheitert erachten. Sie möchten eine neue Verbindung eingehen. Unter ihnen regt sich dennoch wohl das Sehnen bei der Feier der Eucharistie im Sakrament den Leib des Herrn zu empfangen. So widmete unser Papst Franziskus diesem Drängen im Februar 2015 ein öffentliches Konsistorium mit den Kardinälen der Kirche. Während der Zusammenkunft war es Kardinal Kasper, der die theologischen und pastoralen Elemente der Problematik darlegte. Seine Referate zielten darauf wiederverheiratet Geschiedene unter bestimmten Umständen zum Empfang der heiligen Kommunion zuzulassen. Obwohl in Frageform vorgetragen, versuchte er darzulegen, dass wiederverheirateten Katholiken das Essen des Leibes Christi eventuell erlaubt sein könnte. Während der anschließenden Diskussion warf ich ein, dass ich solche Einräumung über den Buchstaben und Geist der neutestamentlichen Offenbarung hinweg setze. Nicht nur einmal lehre ja Gottes Wort die Unauflöslichkeit der Ehe. Jesus Christus selbst verkünde ausdrücklich beim Evangelisten Matthäus, Ich sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Ehebruch vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus. Und wer eine Frau heiratet, die aus dem Ehebruch entlassen worden ist, begeht Ehebruch. Ich fügte bei meinem Einwand hinzu, diese Anweisung des Herrn wäre bis zum 4. Jahrhundert ausnahmslos beachtet worden und sie bestimme bis heute die kirchenrechtliche Ordnung des Kommunionempfangs. Der Vorstoß Kardinal Kaspers würde darum unserer Glaubensgemeinschaft eine Quadratur des Kreises aufnötigen. Ja, solche Zulassung übersteige letztlich überhaupt die Autorität der geweihten Hirten, weil sie sich doch fraglos nach der Heiligen Schrift zu richten hätten. Noch heute vertrete etwa der protestantische Exegete Ulrich Lutz, die katholische Deutung des Herrenwortes, setzte die Absicht Christi am besten um. Ohne Zweifel ist den wiederverheirateten Geschiedenen neu unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Auch mir war daran ganz klar gelegen. Man muss ihre Not aufnehmen. Darum verwies ich bei meiner Intervention auf eine alte Form der Christusbegegnung, die geistige Kommunion. Diese religiöse Übung brachte seit der frühen Christenheit über Jahrhunderte den Glaubenden Trost und Nahrung für ihre Gottverbundenheit. In jüngster Zeit ist sie ein wenig in Vergessenheit geraten und wird im heutigen Katechismus der katholischen Kirche nicht einmal erwähnt. Ihr Verschwinden ist sehr bedauerlich. Hinsichtlich der uns aufgegebenen Problematik interessiert besonders das Kirchenrecht. Und es zeigt sich, dass es gar nicht zuständig ist. Das Kirchenrecht kann also für die geistige Vereinigung mit dem Herrn keinerlei Barriere errichten. In den Augen von Kardinal Kasper fand meine Anregung allerdings keine Gnade. Nach der ausführlichen Diskussion im Kollegium erwähnte er nur kurz das Stichwort geistige Kommunion, lehnte aber den Vorschlag schlicht und einfach ab. Der Referent wollte halt eine neue Praxis. Das Erwähnen der geistigen Kommunion würde dann seine Argumentation schwächen. Die Sehnsucht wiederverheirateter Geschiedener, den Leib des Herrn auch materiell zu empfangen, hatte eben für ihn ohne Alternative zu bleiben. So stellte er nur einfach fest, wer zum leiblichen Empfang der Eucharistie nicht zugelassen ist, der ist auch nicht würdig, ihn geistig zu empfangen. Doch hier, liebe Zuschauer, irrt der Theologe Kasper. Denn kirchliches Recht einerseits und die geistigen Vollzüge des Herzens, das sind zwei total verschiedene Schuhe. Recht darf ja beim Menschen immer nur äußerlich greifbares Tun und Lassen beurteilen. Es kann nicht in die Seele des Menschen schauen und nimmt dies auch nie für sich in Anspruch. Diese Einsicht beachtet selbstredend auch die Kirche. Auch sie gilt darum, um es klassisch zu sagen, de internis non judica judex auf Deutsch, ein Kirchenrichter kann nicht die seelische Haltung beurteilen. Derselbe Grundsatz bestimmt auch die Worte Papst Benedikts des 16. 16. Beim Welttreffen der Familien in Mailand im Juni 2012 stellte er die Sache klar. Er wurde nach der Möglichkeit einer Christusbegegnung von wiederverheirateten Geschiedenen gefragt. Seine Antwort. Wir können uns ohne den leiblichen Empfang des Sakraments durchaus mit Christus in seinem Leib geistig vereinigen. Auch die wiederverheiratet Geschiedenen können in der geistigen Kommunion einen Weg finden, ein Leben des Glaubens zu führen, mit dem Wort Gottes und mit der Gemeinschaft der Kirche. Das einsichtig zu machen ist wichtig. Auf das Wiederverheiratet Geschiedene in ihrem Leiden ein Geschenk sehen an die Kirche, weil sie so allen dienen, auch um die Stabilität der Liebe, der Ehe zu verteidigen. Und dass dieses Leiden nicht nur eine körperliche und eine psychische Qual ist, sondern auch ein Leiden in der Kirchengemeinschaft für die großen Werte unseres Glaubens. Dies Papstwort und das Kirchenrecht geben der geistigen Kommunion eindrucksvolle Bestätigung. Sie legen nahe, dass wir uns mit solcher Christusbegegnung weiter befassen müssen. Wer für die geistige Kommunion, das heißt für die gedanklich-mentale Weise der Hinwendung zu Christus eintritt, muss wohl zunächst Gottes Art seiner Erlösung beachten. Gottes Heilstun ist greifbar und handfest. Sowohl die Menschwerdung des Gottessohnes wie seine Wunder sind offensichtlich. Er sagt es den verängstlichten Jüngern. Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie er es an mir seht, so schreibt Lukas. So ist auch das Tun der Kirche auf Elemente unserer sinnlichen Wahrnehmung verwiesen. Auf Worte, die man hören kann. Auf Zeichen, die man sehen kann. Erlösung verflüchtigt sich nicht in ein mystisch-spiritualistisches Hinterzimmer. Aber die Greifbarkeit des Heilswerkes kann keineswegs eine undifferenzierte Gleichsetzung von außen und innen für den Menschen behaupten. Hier liegt der Pferdefuß von Kardinal Kaspers Replik an mich. Intention und Aktion fallen bei Menschen nicht notwendig zusammen. Wieder hilft uns das geoffenbarte Wort Gottes. Es widerspricht solcher Ungenauigkeit. Der Völkerapostel Paulus, er benennt für uns Christsein, dass unsere Christusverbundenheit auf beiden Ebenen von außen und innen verwiesen ist. Er beschreibt an die Gemeinde in Rom, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten erweckt hat, wirst du das Heil empfangen. Danach zählen für unsere Zugehörigkeit zum Leibe Christi Mund und Herz. Unübersehbar lässt Jesus selbst den Unterschied, ja den möglichen Kontrast zwischen außen und innen erkennen. Dieses Volk ehrt mich.